so noch mal herzlich willkommen zurück bei shihotsu tv hier ist euer vespo und ich habe mir gedacht so nach einer woche pause don't stop können wir mal wieder spiegel steht schon bereit und will ihn einfach mal los heute ich zuletzt hier gemacht habe ich glaube es war heiß diese komischen schatz die lockt man indem man so viele hasen tötet auch mit was mache ich denn da ja nachdem mein ganzes lager hier fast abgefackelt ist und es wird bestimmt gleich wieder anfangen irgendwo zu brennen werde ich jetzt nach dem sommer war wieder versuchen aufzubauen vielleicht habe ich schon mal genug Wunderbar geplant, was das hier ist. Einhundert... ...helf. ...helfe Kohle... Hallo! Wir treten ja jetzt gar nicht so viel rum hier. Scheiße, ich grün alles. Hallo Dennis. Du erlebst gerade, wie man Lager abbrecht. Drecksfilter hier. Alles kaputt. Mein Mann, mein Mann, mein Mann. Aber immerhin haben wir eine Pfeil noch gebracht. Nee! Ach, das ist aber ärgerlich. ...helfe. ...helfe. ...helfe sachen... 9. ja das geht auch aber die steinmauern halten auch nicht lange hier zum beispiel die auf halber höhe die wird schon so oft angegriffen latine ein richtiges tor gibt es leider nicht oder ach guck mal jetzt auf einmal kann ich das fleisch wieder aufheben das fleisch packen wir auch mal weg ich will mir gleich mal ein leben bauen ja ein tor gibt es leider nicht leider leider doch aber der sommer könnte jetzt endlich mal vorbei sein ich hätte einfach das lager ein bisschen weiter weg von den fallen hier bauen sollen nun ja man lernt aus seinen fehlern ja ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kann nicht sein Ist egal Erstmal den Sommer überstehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das ist immer unterschiedlich Das kann sein, dass sich der Sommer noch etwas länger zieht für ein paar Tage Was war das? Mach hier keinen Unfug Das hört sich nicht gut an Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ja, machen wir mal ein Lager kaputt hier Ja, das wäre der nächste Gigant Ich hoffe, der Fall jagt mich jetzt nicht Aber diese gelbe Dämmerung könnte vielleicht schon ein Anzeichen sein, dass der Sommerball ist Könnte Könnte Nö, auf jeden Fall wieder dunkel Ja, musst du ja alles abfackeln? Ja, musst du ja alles abfackeln Also ich finde halt nie mehr lustig hier Brauchst du ein gesamtes Lager wieder auf Kommt wieder ein und macht den kaputt Soll ich zum Narkotor angreifen? Also vor dem Add-on war das Spiel auch um einiges leichter Ja, da gab es auch nicht die Hitze im Sommer Okay, die Kälte im Winter gab es schon Aber da konnte man sich gut absichern gegen Ich glaube nicht Also ich glaube, wenn ich auf Abstand bleibe, dann greift sich das Vieh nicht an Aber es reicht ja schon, dass der meinen ganzen Wald kaputt macht Oh nein, oh nein, oh nein Komm doch Komm doch Alles verbrannt Ich hoffe jetzt einfach mal, das fett zieht sich dann wieder Scheiße. Die Garten ist nicht zu spüren. 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 Oh, ich sehe aber, die Dämmerung hat einen Strich mehr dazu gekriegt. Der Sommer wird langsam gehen. So, ich sehe, die Garten ist nicht zu spüren. So, ich sehe, die Garten ist nicht zu spüren. So, ich sehe, die Garten ist nicht zu spüren. Okay, ich sehe, die Garten ist nicht zu spüren. So, ich sehe, die Garten ist nicht zu spüren. So, ich sehe, die Garten sind 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 zu spüren. ach was mir gerade einfällt man kann sich natürlich auch so ein thermometer hier bauen dann kann man genau sehen da kann man genau sehen wann der sommer nachlässt und wieder stärker wird oder wenn der winter ansteht aber ich weiß nicht dafür habe ich nie zu so viel material übrig dass ich mir so ein schund baue jetzt schon wieder auf dem zahnfleisch hier mit meinen steinen stöcker sind fast alle mal gucken vor allem gold ein bisschen material muss man auch sparen mache jetzt so also verkohlte bäume habe ich jetzt erst mal genocht da hat sich so viel zu wunderbar darum gekümmert hier da unten war ich schon überall gut dann natürlich gerne mitnehmen da oben geben jetzt auch alle den geist auf Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Stroh finden. Da müsste alles verdorben sein. In der Hitze. Nicht alles. Warum nimm das doch? Ja, das kann man machen. Dazu muss ich das aber erstmal finden. Oh, guck mal. Mein Thermalstein hält schon viel länger durch. Kann nicht mehr allzu heiß sein. Wenn der Sommer rum ist, dann muss ich sowieso mal ein bisschen auf Achse sein hier. Mal ein bisschen mehr erkunden. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Ich weiß gar nicht mehr, fahr mal mit. Kann nicht falsch sein, woher mitzunehmen. Und wieder Fleisch. Ja, der heiße Sommer ist fast rum. Das ist perfekt. Endlich kann man sich weiter wegbewegen. Ich bin nicht mehr確. Ich bin nicht mehr riesig. Ich bin nicht mehr riesig. Ich bin nicht mehr dringend. Sagt er fast rum. Ah, neun koch doch Filme, die Steine. Nein, nein, nein. Ach, maan. Sagt er fast rum. Guck mal, so krieg ich mein Material zurück. Gute, die ich den Hammer doch noch gebaut hab. Muss ich irgendeinen Sinn haben, dass die Dinger stehen bleiben. Oh, schön mal wegbauen hier. Guck mal. Ach komm, es fehlt mir echt Holz. Mache doch ein... Guck mal wegbauen hier. Guck mal wegbauen hier. Guck mal wegbauen hier. So, meine Goldvorräter gehen zur Neige. Also muss ich gerne mit der Suche noch Gold nehmen. Ein bisschen was weiß ich auch da oben. Also Steine. Ansonsten muss ich euch mal den Hintergrund zeigen. Dann gibt es ja immer noch Goldquellen. Da sollte man nicht ohne einen beleuchteten Helm reingehen. Den braucht man. Oder zumindest genug Fackeln, genug Baumaterial um ein Lagerfeuer zu bauen. Da liegt alles im Dunkeln. Ja, die haben Prozentzahlen da unten im Menü. 49% meine Schaufel, 85% der Hammer. Also die verlieren jeweils, wenn du die benutzt immer wieder ein paar Prozent. Darunter ist jedoch Gold das bessere Material, was sich nicht so schnell abbaut. Ja, nur irgendwann bist du gezwungen, halt wieder eine neue zu bauen. Oha. Ah, sehr gut. Da ist das so genau. Ja, das ist immer nochmal das mit Stein. So, aber jetzt bauen wir noch mal schnell eine kleine Karte. Der ist nicht? Da ist verarschig, ne? So. So, Gunpower, oder? Ähm, wo hab ich denn meine Barthaare versteckt? Na, was sammelst du denn da auf? Das hab ich dir nicht erlaubt. Da sind meine Barthaare. Kann doch nicht sein. Morningstone, ey. Morningstone. Oh nicht. Ah. Ah. Okay. Brauchen wir Holz. Und was zu essen. Mmh. Mmh. Mittwoch. Mittwoch. qué. Also, für den nächsten Sommer brauche ich mehr Eis. Aber wenn mein Lager nicht abgefackelt, hätte ich genug Eis gehabt. Hier mit Kohle heizen. Es ist ja genug verbrannte Bäume in der Umgebung. Toll, hat auch nichts geworfen. Tja, ich wollte ja was bauen, ne? Na. So. Hier ist doch das Steak, weil ich hier... So. 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 haben wir schon auf ps3 gerne gezockt jetzt habe ich das weggepackt schon vorbei mit bauen ja auch mit zombies genau mit mutanten und ganz witzig schuld ja hallo das geht jetzt ab schuld schuld ja ich habe auch schon gerade gedacht aber ich glaube das war nur das lagerfeuer was zu heiß war die hitze kann jetzt mal vorbei sein ist extrem nervig aber die vegetation die wächst hier wieder muss doch bald vorbei sein mit der djura blöken 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 Geld spenden? Hast du viel Kohle? Nein, nein. Alles kostenlos. Irgendwann machen wir vielleicht Werbung mit rein. Dann verdienen wir ein bisschen Geld damit. Aber erstmal wollen wir hier nur ein paar Videos sammeln. Nein, nein, nein. Du kannst dein Geld lieber in Spiele investieren. Hier schließe ich auch was zocken, ne? Das war was zu essen mit mir. Hier gibt es praktisch nichts mehr zu holen. Ah, okay. Das wusste ich noch nicht. Wenn es solche Streams gibt. Ja, aber wie gesagt, wir machen da momentan eigentlich mehr so aus Fun-Zwecken. Wenn wir schon zocken, dann können wir das auch gleichzeitig hochstreamen. Und dann mit unseren, ja, Channel ein bisschen promoten. Wir haben Spaß dran. Wir haben zwei Momente noch wenig Rückmeldung. Oder dass Leute sich mit der Kommentarfunktion, wie du es machst hier und mit uns unterhalten. Aber ich hoffe, das kommt mit der Zeit. So lange sind wir ja noch nicht dabei. Ja, und wie gesagt, es macht Spaß. Oh, okay. Wie alt bist du denn? Aber die kriegst du doch irgendwann wieder, oder? Also sag mal, wenn du alt genug bist, dann... Ne? Ah, okay. Dann hast du ja noch vier Jahre, dann kriegst du die wieder. Nur manche Spiele gibt es wirklich, die sind, glaube ich, ich krieg noch nichts für dich. Ach so, du verkaufst du eher. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bis dahin kommen schon wieder neue Spiele. Die werden weitaus besser aussehen. Boah, schon 10er 11 hier. Nö, die meisten sind nicht so tragisch. Es geht halt um die Gewaltdarstellung gegen einen Menschen. Deswegen wird das so eingestuft. Der Peggy ist halt vollkommen egal, ob man auf irgendwelche vierbeinigen Mutanten draufhaut, kloppt, schießt oder, ne? Aber sobald es gegen einen Menschen gerichtet, oder die Waffe gegen einen Menschen gerichtet wird, da sehen die dann rot. Wortwörtlich. Ja, man muss auch dazu sagen, je besser die Spiele geworden sind, umso, ja, gewaltverherrlichener sind sie meist auch geworden. Trifft jetzt nicht auf alle Evo-Shooter zu, ne? Aber ich kann mich noch ganz genau zur Counter-Strike-Zeit dran erinnern, wo die alle gesagt haben, Brr, Counter-Strike, Killer-Spiel, Brr, dabei ist das, Brr, gab es so derzeit noch weitaus schlimmere Spiele. Was heißt weitaus schlimmere Spiele? Bei Counter-Strike ist ja nichts Großartiges passiert. Ist ja eher ein Taktik-Shooter gewesen. Da ging es aber nicht mal darum zu töten. Nicht direkt. Ach ja, aber so ist das. Ah, dann kommt das Fleisch wieder weg. Woah, hier sind aber viele Fische. Oh, ich arbeite als Gruppenleiter in einer Werkstatt für psychisch gespannte Menschen. Ist nicht immer ganz einfach. Der Henki ist übrigens mein Arbeitskollege. Also der Kollege, mit dem ich auch hier, Streamer im Channel, trinken Energie. Ja, mach ich mich mal gern. Ach, so wach bleiben, meinst du? Ach, guck mal. Okay. Ah, ich muss mal den Stein wieder kühlen. Ey, man ist echt gezwungen, hier in einem Kühlschrank zu bleiben. Wobei ich glaube, es ist gar nicht mehr heiß, ne? Zumindest fliegen diese Pollenartigen Dinger nicht mehr rum. Ich glaube, ich glaube, ich hätte den Hochsommer überlebt. Okay. Da geht's Hadi. Okay, wir werden hier hin. Ja, es kann eigentlich jeden treffen, von heute auf morgen, psychisch zu erkranken. Ansonsten haben wir vieles in der Werkstatt. Demenzkranke, Alkoholkranke, Spielsüchtige hatten wir auch mal. Sobald es doch eher um ein Glücksspiel geht und nicht um eine Zockerei hier. Die Wandbereich ist groß, die Leute werden immer hier machen. Was? Ich hab Mutter gekriegt. Die Wandbereich ist großartig. 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 So. Ordentlich. Das ist aber auch nur ein Beruchteil von dem Material, was ich investiert habe für die Gärten. Toll. Eine einzigen könnte ich bauen. So. 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 Könnte ich eventuell kochen. Drei Steine. Ja. Da ich mich jetzt aber wieder am Tag hier rumbewegen kann. Ziehen wir gleich mal nach da oben hin. Muss noch ein bisschen Gold abbauen. Hier müsste es auch noch weiter gehen. Da sieht man nämlich ein Stück Insel. Da latsch mal dahin. Ich wechsle glaube ich mal meinen Speer. Nur zur Sicherheit. Wo viel jetzt? Ja, und wie jedes Mal die gleiche Devise. Alles mitnehmen, was geht. Oder was man benötigt. Na gut, außer es ist nicht zu weit weg vom Weg. Ein Schwein. Und noch ein Schwein. Und noch ein Schwein. Ich hab auch immer noch nicht einen Schweinekönig gefunden. Das wäre mein Goldproblem. Auf jeden Fall passé. Kann ich alle meine Gegenstände eintauschen, wenn ich keinen Nutzen habe. Und er gibt mir bares Gold dafür. Naja, aber solange ich den nicht gefunden habe, muss ich halt ganz unkonventionell so Gold abbauen. Ich hab immerhin noch ein paar Steine dabei. Ich hab immerhin noch ein paar Steine dabei. Ja, ich war's auch schon mit der Insel. Ja, ich war's auch schon mit der Insel. Ja, ich hab's auch mehr. Ja, ich weiß, aber der gibt Fleisch. Mein Fleisch wird ja schon leicht ranzig im Kühlschrank. Wie das Spiel schon sagt, wir müssen überleben. Wir müssen leider die kleinen unter dir alle dran leiden. Ich habe Eis gefunden. Ja, Steine habe ich erst mal satt. Jetzt hoffen wir, dass ich noch ein bisschen nach Hause komme. Oh, das Schweinchen hat Angst. Oh, das müsste passen. Oh, in der Dämmerung über dem Friedhof. Tja, Fleisch können die wegschmeißen. Scheiße. Wenn ich dann noch genießbar ist, wenn ich das jetzt hier aufhänge. Schade um die vielen Hasen. Schade. 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 Vage Vermutung. Da waren wir so 80, 85. Tag, denke ich mal. Aber so weit spiele ich, glaube ich, heute nicht mehr. Ne, spiele ich auf jeden Fall heute nicht mehr. Ach, Tag. Ach, Tag. Ah, wenn ich schlechtes Fleisch esse, kann das sein, dass das meine Lebensanzeige ankratzt. Jedoch mein Magen dann halt wieder ein bisschen füllt, ne? Also es verändert schon verschiedene Zustände. Grünes Fleisch ist komplett super. Boah, Hilfe. Also hier sind Fleischreserven. So, und ich würde sagen, wenn wir gleich oben die Wüste erreicht haben, dann mache ich auch Ende. Zumindest für heute. Jupp, hier müssen wir auch. Oh, die sind in der Oma. Grundzeit ist vorbei. Nimm das. Kein Problem. Da, die ist ja kein Problem. Solange ich rauslesen kann, was du von mir willst, ist halt alles in Ordnung. Oh, die Welt ist immer so riesig, ähm. Oh, was ist mit euch? Keine roten Herrscher. So, hier sind schon mal Schweine. Also das ist ein Haus. Toll. Spinnen? Wie wollen wir spinnen weiter nicht, Mann? So, hier sind wir. Untertitelung. BR 2018 Oh, okay. Der nächste Runde angeht. Ich habe ein Glück, dass ich so viele Freunde hier habe. Ich habe ein bisschen Einschränkungen. Ich habe ein bisschen Einschränkungen. Das ist ein bisschen Einschränkungen. Perfekt. Nehmt sich mal die Zeit, ein bisschen die Holzreserven aufzufrischen. Ja, nur hier finden wir auch nicht ein Schweinekönig, leider. Ne, den großen. Ne, den großen. Nehmt sich mal, doch. Das war's. Das ist eine helle Nacht. Das war's. Das könnte auch sein, dass der da ist. Auf der linken Seite. Chip mal mal ab. Shit, ich bin hier schon am Ufer langgelaufen. Hier geht's. 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 Hier kann ich nichts mehr tragen. Hier geht's. 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 Tja, aber bis auf Stein und Gold gibt es hier nix. Ja, und Eis. Und Spinnen. Hm. Ach, bin in der Nähe vom Lagerfeuer, perfekt. Ja, wo ist es denn? Oh. Mach mal die Kack. Ja, ne, die Kacken wollen auch. Zinnigen wir mal mit der Kohle. So. Aber wir werden gleich einfach mal hier in den Sumpf gehen. Da ist schon wieder dieses Liedervieh. Ich hab ihn noch nie zu Gesicht bekommen, nur auf der Karte gesehen. Ich hab ihn noch nie zu sehen. 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 Oh. Ich hab kein Fangnetz. Wann warte ich denn? Ist ne helle Nacht. Schau perfekt. Ab in den gefährlichen Sumpf. Ich hab ihn noch nie zu sehen. So, hier darf ich nicht sterben. Jetzt liegt mein ganzes Material hier rum. Oh, war ein kleiner Sumpf. Boah, jetzt ist er noch lahmer auf dem Untergrund. Ui, ich habe schon wieder einen Teil gefunden. Für das Portal natürlich. Nur das Portal selber habe ich noch nicht gefunden. Hm. Juhu, Sackgasse. Ja, manchmal lohnt es sich auch noch mal in der Mitte nachzugucken. Aber wie gesagt, lohnt es sich nur manchmal. Und diesmal nicht. Hier haben wir den Bären. Uh, ein Hut. Neue Axt. Perfekt. Komplett überladen. Ah, wir laden schon mal weiter. Die Stadt nervig. Blöke. Süß. 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 Jo, dir auch, ne? Mach's gut, bis moin. So, dir auch, ne? Jo, schlafe auch gut. Tschö, tschö. Jo, schlafe auch gut. So, 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 schlafe auch gut. Okay, der Zunftgerät geht noch weiter. 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 Na, die Steinen nehmen wir doch gerne mit. Oh, eine weitere Zunftlandschaft. Okay. Das ist auch schon mal schick. Okay. 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 Die Dämonen gehen gleich schon wieder los. Schau dich dann noch. Na, wo bringst du mich denn hin? Okay. Das ist schon mal fast eine Abkürzung gewesen. Nein, 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 direkt, direkt. Ich kann nur hoffen, dass die irgendwie von mir ablassen. Okay. 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 Habt das schön gemacht. Okay. Okay. Wie geht's denn? Schaut doch einfach mal bei uns vorbei. Seit heute ist auch Star Wars mit im Repertoire. Guckt euch ein bisschen um, sind jetzt schon ein paar Videos zusammengekommen. Sonst findet ihr uns hier unten schon steht, ne? Auf YouTube, Facebook, Twitter. Kommt doch mal vorbei. Okay. Ansonsten einen schönen Abend und man hört sich. Tschö, tschö. Tschö, tschö. 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 Tschö.